Hallo mein Name ist Gaius Stappen, ich bin Gitarrist und Bandleader von Celtica. Willkommen zu einem kurzen Video über unsere Show Celtic Spirits auf Merkenstein. Leider finden ja auch in diesem Sommer nur wenige oder gar keine Festivals und Konzerte statt und deswegen hatten wir die Idee, eine besondere Show zu veranstalten. Und worum es dabei geht, das möchte ich euch jetzt kurz in diesem Video erklären. Zuallererst ist es einfach ein echtes Celtica-Konzert. Also mit dem sensationellen Duncan Knight am schottischen Dudelsack mit der wunderbaren Aya Georgieva an der Violine und mit mir an der rockenden E-Gitarre. Relativ neu in der Band unser Schlagzeuger Lukas Schlintl und am schottischen Dudelsack und Irish Whistle der Weltklasse-Musiker Ernesto Gongora. Um die wegen Corona ja sehr limitierten Personenzahlen optimal zu nutzen, haben wir statt vor wenig Publikum zu spielen, stattdessen zahlreiche andere Künstler eingeladen, mit uns aufzutreten. Zum Beispiel haben wir die Village Voices dabei, der Chor, der auf unserem letzten Studioalbum Celtic Spirits gesungen hat und Sänger aus unserem Video Ferrum Noricum. Dieser stimmgewaltige Chor wird unter anderem das Beethoven-Medley zu einem magischen Moment machen. Einfach Gänsehaut pur. Statt zwei wird es fünf Trommler geben, die die Drum-Parts zu feurigem Leben erwecken und zusätzliche andere Instrumente werden für noch mehr Abwechslung bei den Stücken sorgen. Die Top-Irish-Dance-Truppe Irish Fire wird die Funken sprühen lassen und umso mehr unsere Feuer-Jongleure. Nein, eben nicht. Wer selbst gerade nicht musikalisch aktiv ist, unterstützt die anderen Musiker durch Tanzen, Klatschen und Singen. Es wird also sicher kein einsames Geisterkonzert in einem leeren Proberaum, sondern ein buntes Fest an einer wirklich geilen Location. Alleine das 900 Jahre alte Schloss ist echt der Hammer. Das ist wie aus einem Hollywood-Fantasy-Blockbuster. Wir arbeiten wirklich seit Wochen daran, euch etwas so Spektakuläres präsentiert zu können, dass es sich echt auszahlt, eine Karte dafür zu kaufen. Die ganze Show kann man bequem von zu Hause per Livestream miterleben und genießen. Alleine oder mit Freunden. Dank zahlreicher Kameras in den unterschiedlichsten Blickwinkeln seid ihr immer hautnah dabei und habt immer besten Sound und perfekte Sicht. Und die Getränkepreise sind auch besser als bei den meisten Großkonzerten und Festivals. Du kannst entweder bei der weltweiten Live-Premiere dabei sein, am Samstag, 19. Juni, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit oder ab ca. 23 Uhr für eine ganze Woche die Show anschauen, so oft und wann du willst. Ja, unbedingt. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Solange die Premiere läuft, könnt ihr uns eure Selfie-Videos schicken mit Applaus und Grußbotschaften. Diese werden dann am Ende des Konzerts gezeigt. Das ist euer Applaus für uns und so sind wir miteinander verbunden. Also mit ein bisschen Glück seht ihr euch und euren Clip gleich am Ende der Show. Alle Clips, die wir erhalten, werden dann in der Version zu sehen sein, die man eine ganze Woche lang streamen kann. Es gibt verschiedene Kategorien. Mit dem Basic-Ticket siehst du die ganze Show. Wenn du uns vielleicht noch mit einer Spende unterstützen willst, kannst du entweder 5 oder 10 Euro drauflegen. Mit dem Extended-Ticket bist du schon eine halbe Stunde früher bei den Vorbereitungen dabei und kannst nach der Show bei der After-Show-Party mit allen Künstlern noch ca. 30 Minuten mitfeiern. Und mit dem VIP-Ticket bekommst du zu all dem noch eine von allen Kältigermusikern signierte Blu-ray oder DVD des ganzen Konzerts. Ganz einfach. Geh auf www.oe-ticket.at und such dir dein Lieblingsticket aus. Und damit machst du uns wahnsinnig glücklich. Und wenn du noch Fragen hast, wirst du alle Antworten auf unserer Website finden unter www.keltikerrocks.com. Also besorg dir bitte dein Ticket, erzähl all deinen Freunden davon und sei live dabei am Samstag, dem 19. Juni bei der Premiere von Celtic Spirits auf Merkenstein. Zukunftsstr gurren. Musik 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 They are falling, you can't exist